Bergmann hatte viel zu jubeln in dieser ersten Hälfte. In Durchgang 2 ging es nach dem gleichen Strickmuster weiter. Da ist Tarski. 4-0 Doppelpack also für den Deutsch-Albaner. Da waren gerade mal 5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Aber Treffer hätte nicht zählen dürfen. Achten Sie auf Chong-Tese mit der 9. Der steht im Abseits behindert für meine Begriffe. So ein bisschen Martin Menel.